und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundes gepflegten klembau stein war es heute mal wieder zu einer mock review und zwar einem bmw e30 touring car das ganze set ist vom lieben envy car mocks von dem ich ja schon mal ein set hier vorgestellt habe hat insgesamt 389 teile und die steine habe ich mal wieder über rebrick gekauft dort haben sie mich um die 23 euro gekostet das ganze ist also kein schnäppchen auch für die teilanzahl auf jeden fall kein schnäppchen aber es gibt nicht wirklich viele coole speed champions mocks von deutschen fahrzeugen zumindest die ich kenne wenn ihr andere kennt schreibt die gerne in die kommentare würde ich mir super gerne anschauen deshalb habe ich mich dafür entschieden dieses mock auch wenn es natürlich von den steinen her kein preisknaller ist zu bestellen zu bauen und eben auch mit euch zu teilen die anleitung ist mal wieder kostenfrei von envy car mocks zur verfügung gestellt worden und ich würde sagen wir switchen jetzt mal in den pc um uns den bmw e30 touring als mock und als anleitung schon mal anzuschauen und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen in meinem pc ihr kennt ja mittlerweile das ganze spiel auf jeden fall haben wir den mock bmw free series e 30 touring wie ich es euch schon versprochen habe mal wieder von envy car mocks 389 teile und dann bekommt ihr mal wieder die anleitung gratis von dem lieben envy car mocks zur verfügung gestellt die steine von original lego hätten einen wert von um die 38 euro ist wie gesagt kein schnäppchen set ich habe es wie schon gesagt ja noch ein stückchen günstiger auf wie brick bekommen aber daneben mit stein von alternativen herstellern wie immer können wir uns dann hier die anleitung runterladen wie gesagt kostenfrei das ist sehr sehr cool und wenn wir uns das ganze anschauen hat die anleitung immerhin 165 seiten als pdf datei und wir haben einen weißen hintergrund ich hatte ja letztes mal mängelt dass der schwarze hintergrund mir nicht gefallen hat hier war der hintergrund noch weiß neuerdings hat envy car mocks einen grauen hintergrund insgesamt haben wir 165 bauschritte das zeigt natürlich wieder wie kleinschrittig die ganze anleitung von envy car mocks hier gemacht wurde ich bin auf jeden fall gespannt wie die anleitung hier performt wie die ganze konstruktion ist und so weiter und so fort und deshalb fange ich jetzt auf jeden fall anzubauen und wir sehen uns beim ersten wichtigen bauschritt wieder ich wünsche wie immer viel spaß bei dieser review und nach knapp 70 bauschritten sehen wir uns das erste mal wieder obwohl zum 70 bauschritt noch ein kleines detail fehlt aber ich wollte euch noch gerne was zeigen denn obwohl wir am ende hier keine klappe haben um den kofferraum zu öffnen ist auch dieser liebevoll ausgefließt wurden und mit dem 70 bauschritt bauen wir noch diese konstruktion ran die wir schon vorbereitet haben und wenn wir die hier aufsetzen dann ist eigentlich die gesamte heckpartie schon fertig und natürlich ist das erst mal nur ein grober anfang von der silhouette aber das ganze kommt für den speed champions maßstab einem bmw e30 eben doch schon relativ nah also ich bin der meinung von der heckpartie hätte ich zumindest schon mal erkannt in welche richtung das fahrzeug geht die konstruktion hat bis hierhin wirklich wieder viel spaß gemacht ich hatte nur eine stelle die mich ein bisschen gestört hat und zwar bauen wir diesen heckpart bevor die rückleuchten bauen und wenn wir dann die rückleuchten bauen dann ist das sehr am weg man braucht da wirklich filigrane finger oder man baut erst die rückleuchten und fängt dann mit diesem part hier an dann stört das nicht an der stelle hat man mal gemerkt dass es eben ein mock ist und eben nicht von irgendwelchen spezialisten ausgetüftelt wurde ich muss auch dazu sagen dass hier sein älteres mock von envy carbox fast zwei jahre alt ich habe ja auch schon ein neueres gebaut und auch schon ein paar andere neue angeschaut in diesen anleitungen findet man dort solche fehler zumindest nicht mehr wie immer ist natürlich envy carbox auch unten verlinkt sehr cool finde ich auf jeden fall solche details wie das wir hier bei der rückbank auch kopfstützen einfach dabei haben also ich mag solche kleinen sachen sehr lasst euch auch bitte nicht davon ablenken dass hier die steine hin und wieder farbabweichungen haben es sind eben verschiedene hersteller mit denen ich hier baue da hat man hin und wieder mal farbabweichungen das finde ich aber bei einem mock auch nicht schlimm und dafür kann natürlich envy carbox nichts der ja nur die anleitung bereitgestellt hat aber ihr meint ich hatte bisher schon wieder viel spaß und dementsprechend baue ich jetzt weiter und hoffe dass sich das ganze auch so bestätigt und jetzt nach knapp 120 bauschritten noch mal ein zwischenfazit wir haben den innenraum und das interieur soweit fertig gemacht die kopfstützen finde ich immer noch klasse haben einen lenkrad und den gang wählhebel in und die front nimmt auch schon richtig form an und ich muss sagen die ist doch echt wunderschön oder am coolsten finde ich ja wirklich die lösung von dem kühlergrill wie das design und gebaut wurde und dass das eben auch wirklich hier ein stückchen innen steht es sieht wirklich richtig richtig gut aus und dann noch was richtig cooles bei der klappe natürlich hätte man jetzt das alles auf derselben höhe machen können aber der liebe envy carbox hat hier noch mal die möglichkeit gegeben das ganze ein wenig anzuwinkeln und wenn wir das jetzt eben hier drauf bauen und in position bringen dann haben wir noch so ein wunderschönes detail dafür liebe ich einfach solche mocks ich baue das ganze auf jeden fall jetzt zu ende und wir sehen uns gleich mit dem fertigen bmw e30 touring wieder und fertig ist der bmw e30 touring aber ihr kennt das ganze spiel von der vogelperspektive sehen wir nicht allzu viel dementsprechend gehen wir doch jetzt mal in die andere perspektive mit den letzten bauschritten haben wir noch die front komplett vervollständigt dann natürlich das dach dran gebaut und die a-säule und wir haben die gesamte seite fertig bekommen wir haben bei diesem mock eine gebaute seite also wir haben keine türen die wir öffnen können sie lassen sich aber relativ leicht herausnehmen so dass man trotzdem figuren reinsetzen könnte wenn man das möchte denn das ganze wird eben nur von zwei noppen gehalten es ist natürlich trotzdem keine tür im klassischen sinne ebenfalls sind natürlich noch die räder angekommen und das ganze rollt sehr sehr gut liegt wieder daran dass wir hier eine ähnliche bautechnik wie bei den lego speed champions haben und die rollen eben am besten also ich finde wirklich am ende ist es doch eine richtige richtige schönheit geworden die einzige schwachstelle im aussehen finde ich ist hier hinten aber auch das ist meckern auf sehr hohem niveau aber hier sind eben die fenster sehr weit innen versetzt zu den säulen und das sieht halt ein bisschen unorganisch aus ansonsten finde ich erkennt man auf jeden fall dass das hier ein bmw e30 touring darstellen soll der bau hat auf jeden fall auch sehr viel spaß gemacht ich habe ja im ersten zwischenbauschritt schon mal darüber geredet dass es ein paar stellen gibt wo man eben merkt dass eine anleitung von dem mock ist dass es nicht super ausgeklügelt wurde und da vielleicht bauschritte in einer unlogischen reihenfolge gemacht wurden hat sich in der anleitung hier an der einen oder anderen stelle auch weiterhin bestätigt es war aber nie so schlimm dass es den bauspaß geraubt hat und noch mal dieses mock ist eines der älteren von nvk mocks das haben wir bei den neueren mocks von ihm nicht mehr und ihr müsst euch mal vorstellen dieses mock ist super trotzdem es ist trotzdem ein super mock auf einem hohen niveau und das kostenfrei und wo ich mit ihm geschrieben habe hat er trotzdem selber gesagt dass es ja langsam outdated also veraltet ist da wissen wir auf welchem unglaublich hohen niveau der liebe nvk mocks baut ich hatte auf jeden fall super viel spaß auch mit diesem mock auch wenn es laut nvk mocks schon veraltet ist wir haben viele tolle details auf die ich ja schon im bau eingegangen sind ich finde die kopfstützen immer noch super eine super einfache idee aber auch richtig zielführend ich finde die front super ich finde den kühlergrill super und auch alles andere und über so eine kleine schwachstelle kann man da gerne mal hinwegsehen und dementsprechend gibt es von mir eine absolute nachbau empfehlung bei diesem mock und wie immer könnt ihr gerne mocks unten kommentieren die ihr schon mal selber gebaut habt ihr euch sehr viel spaß gemacht haben und ich mir vielleicht auch mal anschauen sollte und wenn euch diese mock vorstellen gefallen hat könnt ihr mir gerne einen daumen nach oben und aber da lassen um in zukunft nichts mehr zu verpassen ich wünsche euch auf jeden fall noch einen wunderschönen tag haut rein euer valleybrick und versprochen die nächsten mocks sind dann nicht wir alle von nvk mocks aber der hat mir eben schon ein bisschen angetan